Herzlich Willkommen auf den Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt, ein Runde Hausfeder. Und heute kaufen wir uns mal das Haus. Schlechter Effekt. Ein Haus im Besitz der Gemeinde zu verkaufen. Zustand muss renoviert werden. Okay, machen wir. Wir gehen zum Haus. Keine beschädigten, keine beschädigten, keine beschädigten Wände. Wunderschön. Okay. Das ist gut. Dass das immer so ewig lädt. Ah, nur noch ein Zippel zum Laden. Komm, lade. Lade jetzt. Digga. Jetzt bleibt es wirklich da hängen, oder was? Ah, jetzt hast du es geladen. Okay. Wir gehen rein. Okay, hier ist erstmal Schmutz im... Hallo? Digga. Warum ist das jetzt so komisch? Egal. Hier ist Schmutz im Eingang. Da oben auch. Hier mal, warum... Warum wird es nicht angezeichnet? Hier ist ja gar nichts drin. Das klappt. So, da muss noch was. Hier, ne? Fenster reinigen wir natürlich auch. So. Digga. Diese Fenster gefallen mir gar nicht. Von der Farbe her. Den maximal... Fuck out. Aber was muss? Das muss, ne? So, jetzt brauchen wir eine... ...Preizung. Nehmen wir am besten die hier. Oh, oh, zack. So. Ja. Das Zimmer ist fertig. Das Licht geht... ...hinter Bärchen. Was ist das hier für ein Raum? Badezimmer, oder? Nö, einfach nur ein Zimmer. Hä? Digga, das war Schmutz. Nicht aus wie Schmutz. Okay, so. Hier ist noch irgendwie schmutzig. Ach, hier oben. Das auch noch. Sonst noch irgendwo was? Hier vielleicht, ne? Nö. Gut, dann reinlegen wir auch dieses Fenster einmal. So. Geh mal raus. Ach, du Kacke, ey. Was ist denn hier los? Gibt noch ein wenig Müll zum Aufräumen. Ja, ich hab's verstanden, Kollege Schnürschuh. Hier hinten ist noch ein bisschen Dreck. Hier unten ist auch noch mal ein bisschen Dreck. Sonst ist hier, glaube ich, Keynes. Null. Gut, dann gehen wir mal erst mal... Hier waren wir schon drin, aber... ...hier rein. Ah, hier ist das Badezimmer, endlich. Wir haben's gefunden. So. Hier ist so viel Müll, man kann nirgends sitzen. Höll nicht. Und eine Toilette kaufe ich euch. Komm. Toilette ist genehmigt. Eulette. Am besten die hier, hallo. Ja, perfekt. Hm, jetzt hier rein. Ach, das Schlafzimmer. Ganz so, dass sie mehrere haben. Hallo, mach doch jetzt. Ja, wie sieht dieses Bett aus? Maximal scheiße. So. Auch ein Schlafzimmer. Halt nicht. Schlafzimmer ist auch hier, Junge. Als Strafe mach ich jetzt gar nichts hier rein. Außer die Heizung. So. Gips brauchen wir einmal. Gips. Gips. Äh? Oh, ich kann's nicht mal gipsen. So. Perfekt. Oh, fertig. Oh, fertig. So. 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 Ich bin wieder da. Ich muss so kurz erledigen. Das habe ich jetzt ja alles. Und jetzt hier hinten, ne? Hier ist ja tatsächlich auch Dreck. Aber wo? Ey, dieses komische Ding, das ist, irgendwie ist das komisch gemacht worden jetzt. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Oh, boah. Ne, das ist ja noch ein Badezimmer. Ja, das ist ja noch ein Badezimmer. Junge, wie viele Badezimmer wollen die haben? So. 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 Und hier noch. Bam. Bam. Dann haben wir das Fenster wie in der Reinigen immer. Und die Heizung kaufen. So. Das ist doch hier ganz normal mittlerweile. Zack. Und dann noch die hier. Auch immer, es gibt es noch nö, ne? Nö. So habe ich es die ganze Zeit umsonst wird geschleppt. Ey, weil es sieht doch schon immer sehr geil aus hier. Ah, den Raub ist ja auch noch mal. Ich wollte es vergessen. So. Oh, kommen wir hier auch einmal der Heizung. Richtig und richtig. So. So lassen und das hier auch. Ist eigentlich irgendwo eine Küche? Ja, bis jetzt noch keine Küche gesehen. Hier ist noch ein Dreck. Dreck. Ist auch noch Dreck. So. Das war es aber ein Dreck. Öffnen. Ja. Fenster rein. Nehmen wir mal diese Reihenz-Zeug hier, Digga. Nehmen wir Bock drauf. So. Dann einmal eine Heizung wieder, wie immer. Die montieren wir auch natürlich. Für die Kollegen, die hier einziehen, so. Hallo. Lass mich hier raus. Ne, eine Klimaanlage kriegt ihr nicht. Digga, warum ist hier so viel Schmutz? Jetzt mal ehrlich. So. Das ist ja absolut... äh... viel. Okay, so. Fenster reinigen. Muss ich doch gerne hier. Diese Scheiße. So. Das andere Fenster ist ja wildstreckig. Haben die damit gemacht. So. Dann nochmal eine Heizung für die Kollegen hier. Ja, Leute. Wir verkaufen jetzt das Haus, weil mehr können wir hier eh nicht machen. Hallo, zur Auktion gehen. Danke. Wie für haben wir bezahlt? 95. Okay. Wir kommen absolut nicht an den Preis ran. 92. 96. Wow. Das ist absolut wenig. Wir erhöhen mal auf... Ja, 2,7. 2,7. Ja. Let's go. 4.000 machen wir plus. Der Angeholt angenehm. Let's go. Wir sind jetzt 4.000 Euro reicher. Also. 96.000 oder so. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abund, Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktivideoglocke, wenn ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein. Euer Sandow. Ciao. 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 Auf ein Nusskatz 7 Stunden trenn. Ich würd 1000km auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen. Und den höchsten Berge klemmen. Würd Marathon laufen. Nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oh. Oh. In deinen Armen zu pennen. Oh. Oh. Durch die Tiefsee würd ich tauchen. Und den höchsten Berge klemmen. Würd Marathon laufen. Nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen.